Musik Interessant, wer braucht heute meine Hilfe? Hallo, was sagst du? Unfall in der Stadt? Wir sind auf dem Weg. Hilf mir, den Arztkoffer auszupacken. Versehen, was wir hier haben. Oh, das Problem. Versehen, was wir hier haben. Musik 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 Schuss! ... Oääää... ... ... ... Der Patient ist unartig und will nicht untersucht werden. Lass uns ihn beruhigen. Berühre den Bildschirm. Tippe weiter. Tippe auf. Das Problem ist gelöst. Gut gemacht. Interessant. Wer braucht heute meine Hilfe? Hallo, was sagst du? Unfall auf dem Bauernhof? Wir sind auf dem Weg. Hilf mir, den Arztkoffer auszupacken. Höf, was sagst du? Gut gemacht. Dramatische Musik. Dramatische Musik. Dramatische Musik. Dramatische Musik. Ui. Uch. Höre alle Problemzonen mithilfe des Stethoskop ab. Bewege das Stethoskop zu den Problemstellen und halte es dort. Alles ist okay. Sehe dir andere Orte an. Der Patient hat akutes Fersenjucken. Es ist nicht sehr gefährlich, aber es ist besser, die Fersen zu kratzen. Kratze die Fersen. Der Patient mag es. Das Problem ist gelöst. Gut gemacht! Interessant! Wer braucht heute meine Hilfe? Interessant! Wer braucht heute meine Hilfe? Der Patient Interessant, wer braucht heute meine Hilfe? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017